Schon um 17.30 Uhr, live auf ORF1, trifft der SK-Sturm in Zypern auf AEK Lanaka. Die Aufgabe wird denkbar schwer, die Grazer müssen in der 3. Europa League-Quali-Runde einen 0-2-Rückstand ausmetzen. Auf folgende Spieler vertrauen die beiden Trainer Heiko Vogel und Andoni Iraula. AEK Lanaka folgt in Kürze Ersatz. SK-Sturm, Schützenauer, Koch, Spendelhofer, Maresik, Schrammelt, Zuli, Lackner, Lovric, Husina Pink, Obermeier Ersatz, Giuliani, Evlonitis, Grosurek, Husbeck, Ferreira, EZE, Lema. SK-Sturm, Schrammelt, Zuli, Lackner, 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 Lack